So Leute, heute haben wir nochmal Modern Warfare 2 Und zwar ein Team Deathmatch auf Afghan Ich habe hier die ACR dabei Und ja, dieses Gameplay ist auch gar nicht so alt Habe ich mir vor einer Woche oder so erspielt Und ich entschuldige mich erstmal, dass jetzt lange kein Video kam Ich wollte ja ursprünglich während meiner Abwesenheit noch die ersten Runden Call of Duty auf der PS4 hochladen Aber ich habe es hochgeladen, während ich weg war Und da gab es wohl beim Upload irgendwie einen Fehler Deswegen muss ich das jetzt noch hochladen Da dachte ich, gut, da ist erstmal ein kürzeres Video raus Um die ganze Lage so zu erklären Deswegen, ich kann auch kurz sagen Nächste Woche wird auf jeden Fall das Call of Duty Video von der PS4 kommen Plus zusätzlich noch ein Video über mein FSJ quasi Das wird dann die nächste Episode 100 plus mit jeder Waffe sein Hatten ja einige gewünscht Und ich war ja jetzt auch eine Woche auf Klassenfahrt Und da gibt es da natürlich auch einiges zu erzählen Und natürlich so, dass ich natürlich nicht meine Schweigepflicht verletze Aber ich denke mal, ihr könnt euch da vielleicht ein bisschen vorstellen Wie ich das Ganze dann so ein bisschen erläutern werde Und ja, den Rest des Gameplays lasse ich euch allein Es hätten viel mehr Kills sein können Aber naja, werdet ihr am Ende schon selber sehen Ich hoffe, es gefällt euch Wenn ja, könntest du es wieder gut bewerten Bis dann, haut rein! Bis dann, haut rein! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018